Bis jetzt war das fast ein Durchmarsch von Spanien. Daran gibt es wohl nichts zu deuteln. Wenn es irgendetwas gibt, das sie in Schwierigkeiten bringen könnte, dann ein wirklich enges letztes Viertel. Dann könnten sie den Druck und die riesige Erwartungshaltung spüren. Aus unserer Sicht ist das Team das Stärkste bei dieser WM. Von außen betrachtet sind sie sehr geschickt, sehr schnell und viel in Bewegung. Also ja, es gibt keine Schwäche. Die einzige Schwäche könnte sich zeigen, wenn die Mannschaft in eine komplizierte Situation kommt. Wenn das jemals passieren sollte, eines Tages. Wenn man gegen eine starke Mannschaft spielt, kann man entweder zusammenbrechen oder versuchen, es auszunutzen. Man ist wie elektrisiert, weil man weiß, dass man gegen einen Gegner spielt, der stärker ist. Und wir wissen nie, wie so ein Spiel ausgehen wird.